Ja hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Spiegelvorstellung. Loop Chain nennt sich das ganze. Tap the box to rotate and make the close loop or chain. So und ihr wisst ja, ich bin sowieso so ein Puzzle Freak. Das war ich eigentlich viel lieber. So was bedeutet das, ich muss jetzt hier erst mal gucken. Ich glaube, das mache ich glaube ich irgendwie nicht so wirklich richtig gerade. Weiß man denn, wie das Ding aussehen soll? Das kann ja dann eigentlich nur so sein, sonst komme ich ja nirgends dran. So dann muss das so rum sein, sonst ergibt das ja auch keinen Sinn. Das muss nach unten. Okay, alles klar. Ja, ich liebe Puzzle und Rätselspiele. So, auch hier wiederum macht eigentlich nur Sinn. Ah, soll das ein Herz ran? Das wird kein Herz. Alles klar. Okay, machen wir weiter. natürlich die Frage, ne? Also wenn ich den? So. Und jetzt? Aber das muss so sein. Das muss so sein. Gibt es irgendeine Alternative? Nein? Ne? Okay. Ah, so rum. Okay, alles klar. Das kommt mit Sicherheit nach oben. Dann würde ich behaupten. Dann würde ich behaupten, muss das so rum. So rum. Ah, so rum. Alles klar. Gibt es denn irgendwelche? Also. Ich sag jetzt einfach mal, das muss so rum. Und dann das. So. Ah. Das war jetzt die 6. Alles klar. So. Jetzt gucken wir mal. Die 7 müsste dann prinzipiell, wenn ich das richtig sehe, macht das ja nur so in irgendeiner Form Sinn. Richtig. Richtig? Genau. So. Die 8. Ähm. So. So. Auch das wiederum. Viele Möglichkeiten hat man nicht. So. Naja. Aber es war kurz ein bisschen lieber nicht schlecht. So. Ähm. Hm. 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 Kann ja nur so rum sein. Hm. 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 So. So. Schauen wir mal weiter. Nächstes. Läder. Wann. 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 Um, 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 um. Um, 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 um. Gibt das sogar keinen Sinn. So, so muss es rum sein. So, das war Nummer 10. Nummer 11. Also erstmal das muss da oben. So. Dann das so rum. Und so rum. Nummer 11. Juhu. Weiter geht's. Äh. Hm. Eigentlich jetzt gerade erstmal, glaube ich, relativ egal. Das müssen wir sehen. Das war die 12. Jetzt geht's weiter mit der 13. Um. Hm. 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 Hm, hm, hm. Macht das Sinn? Die beiden sind geschlossen, die anderen beiden sind geschlossen. Okay. Hm. Jo, Batterie ist fast leer, dann machen wir auch gleich mal Schluss. So sind beide geschlossen. Dann haben wir die ersten 15 Stück zusammen. Warte mal, das ergibt jetzt gerade wenig Sinn. Das geht ja nur so. Das muss ich aber so machen. Und dann kriege ich den da oben nicht zusammen. Ich muss den fast da rumdrehen. So. Das funktioniert doch so gar nicht. Warte mal. Hmmm. 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 Nein. Alter. Wo ist das? 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 Was ist das? Okay. Ich muss das so rummachen, sonst gibt es doch keinen Sinn. Genau. Ja. Also. Sehr interessantes Puzzle-Spiel. Loopchain. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch einfach mal ein Like da. Schreibt mir was in die Kommentare. Abonniert den Kanal. Macht's gut. Bis dann und tschüss.